Das Fitnessstudio ist das Maß der Dinge, wenn man im Bereich des Fitnesssportes, des Gesundheitssportes erfolgreich sein möchte. Gilt das für jeden? Ist davon jeder überzeugt? In der Tat gibt es Menschen, die sagen, nein, ich möchte nicht in das Fitnessstudio. Überhaupt gar nicht. Dann gibt es wiederum Menschen, die sagen, hey, Fitnessstudio ist das Maß der Dinge. Nur dort hast du alles, das, was du benötigst, um im Bereich Gesundheitssport, Fitness und Leistungssteigerung, Performancesteigerung erfolgreich zu sein. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, deinem Performance-Coach. Ja, und diese Frage gilt es euch zu klären. Denn es gibt Menschen, die von dem einen überzeugt sind und da gibt es Menschen, die vom anderen überzeugt sind. Und jetzt gilt es mal herauszustellen, was sind die Vor- und die Nachteile vom Fitnessstudio versus Home-Fitnessstudio oder Home-Fitness-Sport. Und da fangen wir doch mal an im Fitnessstudio. Der Vorteil im Fitnessstudio ist, man hat natürlich eine große Auswahl an Equipment. Der Vorteil ist, man hat im Fitnessstudio um sich herum viele Menschen, die das Gleiche machen, die mehr oder weniger auch zu einer gewissen Grundmotivation beitragen. Fitnessstudio, wenn es gut geführt wird, dann sollten da auch gute Trainer sein, die entsprechende Anleitung geben. Also wir haben im Fitnessstudio insgesamt drei Hauptvorteile. Das ist viel Equipment, neueste Maschinen auf dem neuesten Stand, Katiogeräte, Krafttraining, Freihandeltraining. Dann ist in der Regel auch noch ein Crossfit-Bereich dabei, ein Kletterbereich mit dabei. Also und Kurse natürlich. So, das ist nochmal schon mal ein großes Paket, was ein Fitnessstudio liefert. Dazu ist es in der Tat so, dass viele Menschen sich motiviert fühlen, wenn sie in einem Fitnessstudio sind, wo alle anderen das Gleiche machen wie sie. Das ist eine Grundmotivation. Und ja, das sind so die Hauptbestandteile, warum ein Fitnessstudio Vorteile haben kann. Inklusive natürlich dem, was ich erwähnt habe, das Thema Trainer, dass da ein Trainer auf der Fläche ist oder im Studio angestellt ist, der einen gut betreuen kann. Das ist die Grundvoraussetzung, was nicht immer in allen Fitnessstudios gewährleistet ist. So, jetzt haben wir im Verhältnis dazu den Heimtrainingsbereich. Was hat der Heimtrainingsbereich für Vorteile? Man hat kurze Wege. Das bedeutet, ich bin direkt zu Hause, kann entweder auf meinem Platz trainieren, wenn ich einen kleinen Platz habe von einem Quadratmeter, wo ich nur mit meinem Körpergewicht Übungen mache. Ausfallschritte, Kniebeuge, Blank, Seitstütze, alle anderen Übungen, die es im Kraftsporttraining auch gibt, Klimmzüge, einfach nachgeahmt mit hoher Körperspannung. Ich kann also alles auf einem relativ kleinen Platz ausüben. Ich habe keine Anfahrtswege. Ich habe kurze Zeiten, Nettozeiten, kann direkt danach ins Bad gehen, kann mich fertig machen. Also Zeitersparnis ist da der krasseste Vorteil. So, was habe ich noch? Klar, ich muss mich nicht mit anderen Menschen arrangieren. Ich habe mein Trainingsgerät. Ich habe meine Musik, was ich hören möchte. Ich habe meinen Geruch in der Nase. Ich kann die Fenster aufmachen, zumachen. Es ist alles individuell für mich abgestimmt. Ich bestimme zu Hause, welche Musik ich höre. Ich bestimme, wie laute Musik ich bestimme, wie frische Luft ist. Das ist der krasse Vorteil zu Hause. Haben wir noch einen Vorteil zu Hause? Ich bin gerade überlegen, ob es noch einen Vorteil zu Hause gibt. Das wären die großen Vorteile beim Home-Fitness-Training. Jetzt gehen wir mal rüber und gehen mal in das Fitnessstudio und gucken jetzt mal, was für Nachteile kann ein Fitnessstudio haben. Krasser Nachteil ist immer der An- und Abfahrtsweg. Der An- und Abfahrtsweg ins Fitnessstudio. Wie lange benötige ich überhaupt, bis ich überhaupt mal netto auf der Trainingsfläche bin? Und je nachdem, wo das Fitnessstudio liegt, und ich benötige schon mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit, bis ich auf der Trainingsfläche stehe, ist das eine krasse Effizienzblockade. Denn daran scheitert es ganz oft die Leute oder die Menschen, die sagen, hey, kann ich diese Woche oder kann ich heute noch? Nee, das schaffe ich nicht mehr. Bis ich hingefahren bin, bis ich umgezogen bin, bis ich geduscht bin und zurück bin, boah, das sind über zwei Stunden, kriege ich zeitlich nicht unter. Krasser, negativer Faktor ist die Zeit. Der zweite negative Faktor ist, ich komme ins Fitnessstudio und es ist sehr gut besucht, und zwar zu den Hauptzeiten zwischen 16.30 Uhr, 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr, 20.30 Uhr. Ich muss an den Geräten anstehen. Ich habe keinen sauberen Ablauf im Training. Ich muss immer gucken, bekomme ich jetzt zum Warm-Up ein Crosstrainer-Laufwand. Habe ich danach die Gerätestationen, die ich heute benötige, weil ich einen Trainingsplan habe. Das bedeutet, im Fitnessstudio muss ich immer eine gewisse Grundflexibilität mitbringen. Und das stört ganz viele, dass sie einfach nicht diesen Trainingsablauf haben, den sie gerne haben möchten. Also auch hier, negativer Stressfaktor ist in der Tat die Frequenzierung im Studio zu Stoßzeiten. Was kommt noch? Es kommt noch dazu, dass man sich natürlich immer mit anderen Menschen arrangieren muss in Form von, auf die Toilette, die Toilette ist belegt. Dann muss ich mich arrangieren, dass die Musik eventuell nicht die ist, was ich gerne hören möchte. Ich habe zwar dann Kopfhörer auf, aber die Musik ist so laut, dass sich trotzdem die zweite Musik hört, das stört. Dann hat man in der Regel, wenn man jetzt ein Mensch ist, der gerne Ruhe hat, natürlich viel Umtrüge um sich herum. Dann kommt vielleicht noch dazu, dass direkt anliegend auf der Trainingsfläche eine Gymnastikfläche ist, wo Menschen noch lautere Musik hören, sodass man drei verschiedene Musikrichtungen auf dem Ohr hat. Das kann unglaublich störend sein. Dann kommt dazu, dass man einen Sanitärbereich hat und der Sanitärbereich, der hinterlässt natürlich Gerüche, der konfrontiert einen mit anderen Menschen. Und das kann auch für viele Menschen ein hoher Stressfaktor sein, wo diese Menschen dann sagen, nee, möchte ich nicht haben. Ja, dann ist der Kostenfaktor noch da. Der Kostenfaktor, je nachdem, wie hochwertig das Studio ist. Man hat natürlich ganz günstige Fitnessstudios mit 14,90 Euro im Monat, wo man natürlich nicht viel erwarten kann. Und dann hat man natürlich Upper Class Studios, die hochgehen bis zu 100 Euro. Das ist natürlich der Kostenfaktor. Kostenfaktor Fitnessstudio, Kostenfaktor An- und Abfahrt, Zeitfaktor ergibt summa summarum unter dem Strich für viele einen großen Hindernisgrund. Zusätzlich kommt dazu, dass in Vergangenheit, wie es jetzt war, wenn die Fitnessstudios geschlossen sind, dass ich keinen Zugang zum Fitnessstudio habe und somit einen Ersatz finden muss für zu Hause. Das muss ich überlegen. Das waren die wichtigsten Faktoren, wenn es um Hindernisse geht, um Stressfaktoren fürs Fitnessstudio. Ja gut, was auch ein Stressfaktor sein kann, dass ständig Menschen einem konfrontieren, einem versuchen zu belehren, was man besser machen soll, was man nicht richtig machen soll. Dann kann es auch sein, dass da in Fitnessstudios Trainer sind, die einem Dinge falsch erklären. Das gibt es auch oder eben nicht ausreichend Aufmerksamkeit schenken dem Kunden. Und somit eigentlich auch ein Stressfaktor entstehen kann. Das ist der Part Fitnessstudios. Was bei Fitnessstudios die Herausforderung sein kann, was die Stressfaktoren sind. Jetzt gehen wir nach Hause, also ins Home-Fitnessstudio und überlegen, hier, was sind hier die Nachteile? Da stellen wir ganz klar fest, Equipment. Nicht jeder hat den Raum und den Platz, um sich mit viel Equipment zu versorgen und vor allem mit professionellem Equipment zu versorgen. Das gelingt in allerwenigsten. Ich denke mal so 10, 15 Prozent, die ein Home-Fitnessstudio haben oder zu Hause Sport betreiben, haben hochwertiges Equipment. Der Rest hat Equipment, was einerseits eingeschränkt ist und natürlich auch von der Qualität her eingeschränkt ist. Das kann man nicht mit dem Fitnessstudio vergleichen, auf gar keinen Fall. Das kann ein großer Nachteil sein. Der zweite Nachteil, was ist, zu Hause hat man eine relativ hohe Ablenkung. Das bedeutet, es ist ein Fernseher da, es ist ein Sofa da, es ist ein Kühlschrank da, es ist eine Frau da, es sind Kinder da, es sind Katzen da, es sind Hunde da, es ist ein Rechner da. Das heißt, es sind viele ablenkende Störfaktoren, die einem dazu bringen können, dass man das Training unterbricht oder keinen sauberen Ablauf hat im Training. Das ist auch was, wo man unbedingt berücksichtigen sollte. Das nächste ist, zu Hause leidet bei ganz vielen ganz oft die Motivation. Denn es ist kein Termin da, wir haben nichts bezahlt, wir sind zu Hause, es ist alles da, es ist alles bezahlt. Und somit ist der Druck niedriger, auch was zu tun. Wenn man ein Fitnessstudio hat, vielleicht noch einen Trainingspartner hat, hat man einen Termin. Man hat was ausgemacht. Zu Hause findet es statt, so zwischendurch, man hat keinen großen Termin, man hat kein festes Zeitmanagement dafür veranschlagt. Und in dem Moment ist hier die Motivation ziemlich niedrig, zumindest bei den meisten, sich intensiv mit Sport zu beschäftigen. Das bedeutet, die trainieren zwar. Aber die Intensität ist niedrig und ganz oft fallen auch Trainingseinheiten aus. Und viele kaufen sich Trainingsequipment. Und irgendwann hat man dann in seinem Schlafzimmer einen Crosstrainer als Kleiderständer. Dann hat man Langhandelablage als Kleiderständer. Dann hat man eine Handelbank als Ablage. Dann hat man Tubes, die im Schrank versteckt sind. Dann hat man eine Botenmatte, die vor sich hin verstaubt auf dem Schrank. Man hat einen Fitnesstrainingsraum, der super selten besucht wird. Man hat einen Fitnessraum, wo das Klima nicht schön ist, weil es im Keller ist. Es ist ein Abstellraum. Und somit seht ihr, ein Fitnessstudio hat Vor- und Nachteile. Ein Home-Fitnessbereich hat Vor- und Nachteile. Und jetzt gilt es, für sich selbst abzuwiegen. Was ist mir eigentlich wichtig? Und das ist die entscheidende Frage. Was ist dir wichtig? Brauchst du dieses professionelle Equipment? Brauchst du diesen Termin außerhalb deiner Wohnung? Weil du ständig in deiner Wohnung bist, weil du zum Beispiel im Homeoffice bist. Brauchst du auch mal andere Menschen? Bist du jemand, der andere Menschen um sich herum liebt? Der das mag, der diese Gesellschaft mag, der diese Sippschaft mag, wo du sagst, hey, hier machen alle das Gleiche, die motivieren mich, die stiften mich an, noch mehr zu machen. Die geben selbst Gas und das zieht mich mit. Das ist die Überlegung. Oder bist du eher jemand, der sagt, da kann ich drauf verzichten. Ich brauche kein professionelles Equipment. Ich brauche auch nicht die Leute um mich herum. Ich bin gerne für mich alleine. Ich kann mich selbst motivieren. Und ich habe ein hervorragendes Zeitmanagement. Ich nagele mir meine Trainingseinheiten zu Hause in meinen Terminkalender. Versehe die mit der gleichen Priorität wie Kunden von mir, wie mein Business, wie mein Angestellten-Fitness, dass ich da abliefere. Ja, dann hast du natürlich im Home-Fitness krasse Vorteile. Ist aber so, dass du dich nicht motivieren kannst. Bist du jemand, der zu Hause ständig sitzt und 70 Stunden, 60 Stunden zu Hause in Räumlichkeiten aufbringt, der unbedingt auch nur Leute möchte, dann ist es für dich ein Nachteil. Bist du jemand, der sagt, hey, diese Tubes, diese Körpergewichtsübungen, die motivieren mich überhaupt nicht. Dann wäre es die falsche Entscheidung, wenn du sagst, ich trainiere in Zukunft zu Hause. Natürlich, wenn es nicht anders geht, so wie jetzt durch die C-Thematik, dann mussten wir alle mehr oder weniger zu Hause trainieren. Da hat natürlich auch jeder sich mehr oder weniger ein Equipment angeschafft. Aber kaum war diese Zeit vorbei, hat es 80% allerwieder zurückverschlagen ins Fitnessstudio, die ehemalig im Fitnessstudio trainiert haben, weil sie zu Hause nicht motiviert sind. Weil sie zu Hause einfach nicht zurechtkommen. Weil sie sagen, hey, das Equipment, das ist okay. Das Vorübergehend super, die Tubes sind vorübergehend echt gut. Das ist eine gute Alternative. Die Bodyweight-Übungen sind auch mal eine gute Alternative. Ich habe mal noch eine Handel gekauft. Ich habe mal noch einen Ergometer gekauft. Das ist alles okay. Aber ich benötige dringend dieses Umfeld von Menschen, die alle das Gleiche machen oder Ähnliches machen wie ich. Das motiviert mich. Andere wiederum haben gesagt, hey, irgendwie ist es cool, dass ich viel weniger Zeit benötige. Zeitaufwand, ich gehe dreimal in der Woche trainieren und ich habe eine Stunde pro Training, wo ich Hin- und Rückfahrt umziehe Zeit. Das sind drei Stunden, die ich mir spare. Drei Stunden, die ich in andere Dinge investieren kann. In meine Freizeit, in meine Kinder, in meine Frau, in Weiterbildung, was auch immer. Hey, in Zukunft bleibe ich zu Hause und mache weiterhin mein Home-Fitness zu Hause. Oder es gibt die Flexiblen, die sagen, hey, ab und zu habe ich weniger Zeit. Ab und zu reicht mir das. Also treine ich zu Hause mit meinem Home-Fitness-Equipment. Und ab und zu habe ich genügend und ausreichend Zeit. Ich habe meine Sporttasche im Auto und direkt nach der Arbeit fahre ich im Fitnessstudio frei. Oder viele sagen, hey, ich habe diese Woche mehr Zeit. Ich gehe heute diese Woche dreimal direkt vor der Arbeit ins Studio. Nächste Woche habe ich meinen Zeitplan wieder einen Engpass. Ich bin wieder unterwegs. Das heißt, ich habe dann wieder Außendienst, besuche meine Kunden. Ich nehme meine Tubes mit und trainiere unterwegs im Hotel draußen, freie Natur. So, und jetzt seht ihr, dass bei diesem Thema kann man es nicht an die Wand nach, den Steinmeißen klein sagen, das ist gut und das ist nicht gut, sondern auch das ist nichts anderes wie eine Frage deines Bedarfes. Eine Frage, wie tickst du, was für ein Persönlichkeitsprofil hast du. Und wenn du das herausgefunden hast, welches Persönlichkeitsprofil bist du, dann kannst du auch eine Entscheidung treffen, was für dich wichtig ist. Und wenn du das getroffen hast, dann ist das Spannende, dass wenn du das Richtige für dich ausgesucht hast, die Home-Fitness zum Beispiel, wo du viel Zeit sparst, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, als du beibleibst. Also wenn du im Fitnessstudio immer hinfahren musst, dich aber nervt, dass du da Zeit verbrauchst und es dann lieber sein lässt. Andersrum ist es auch so, du bist zu Hause und dich nervt, zu Hause zu trainieren. Du hörst auf zu trainieren, weil du einfach keinen Bock hast, für dich wäre es besser, du entscheidest dich für das Fitnessstudio. Machst einen Termin im Fitnessstudio mit einem Trainingspartner. Freunde, und ihr seht hier ganz klar, eine pauschale Aussage zu treffen, funktioniert nicht. Das, was für den einen Gold wert ist, ist für den anderen nichts wert, weil er ein ganz anderes Persönlichkeitsprofil hat. Und genau aus diesem Grund empfehle ich jedem, sich darüber auch mal Gedanken zu machen. Warum? Für seine Fitness was zu tun, für seine Gesundheit, in seine Gesundheit zu investieren, ist was besonders Wertvolles. Weil wir haben nur einen Körper, wir können den Schrank nicht aufmachen und sagen, okay, der eine ist verschlissen, den wir den anderen raus, sondern der gehört gepflegt. Wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, frühzeitig, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Motivation am Leben da bleibt, weiterhin da rein zu investieren, die ist super hoch. Und genau aus diesem Grund ist das meine Empfehlung. Mach dir Gedanken über dein Persönlichkeitsprofil, was für dich gut ist und dann entscheide ich. Noch ein Tipp zum Fitnessstudio. Wenn du dich in einem Fitnessstudio anmelden solltest, ist es schön, wenn es ein tolles Fitnessstudio ist. Wenn es aber zu weit weg liegt von deinem Anfahrtsweg, dann ist es zum Scheitern Vorteil. Denn die meisten Menschen werden es dann auf Dauer nicht tun. Somit ist immer wichtig, einmal, wie viel Zeit benötige ich, ins Fitnessstudio zu kommen. Nummer eins. Nummer zwei. Wie ist das Publikum im Fitnessstudio? Passt dieses soziale Umfeld zu dir oder bist du im Fitnessstudio und sagst, hey, die Menschen sind weiter suspekt. Die passen nicht zu mir. Dazu gibt es auch unterschiedliche Fitnessstudios. Besuch einmal ein Fitnessstudio zu den Zeiten, wo du hauptsächlich ins Fitnessstudio gehen möchtest. Schau dir das an. Wie sind die Menschen? Passt es zu dir? Schau dir die sanitären Anlagen an. Frag die Trainer, wie oft du einen Trainingsplan bekommst. Wie oft du betreut wirst. Und achte immer darauf, wie viel Zeit benötigst du, um ins Fitnessstudio zu kommen. Und wenn du das berücksichtest, dann wirst du dein Fitnessstudio finden, wo die Wahrscheinlichkeit, dass du es immer machst, am höchsten ist. Das gleiche gilt für die Home-Fitness. Wenn du für die Home-Fitness dich entscheidest und du hast die Entscheidung, du kaufst dir was, achte bitte darauf, dass du dir hochwertiges Equipment kaufst. Schon bei den Tubes fängt es an, so ein Päckchen Tubes, mit dem ich meine Coaches beschäftige, die zu Hause trainieren wollen oder die flexibel sind, Fitnessstudio und zu Hause. Also, da gibt es krasse Unterschiede von 20 Euro bis 50 Euro bis 60 Euro Maximum. Wenn du für 15 Euro Tubes kaufst, machen die keinen Spaß. Garantiert nicht. Die fliegen dir um die Ohren. Wenn du Tubes kaufst, die zu günstig sind, dann hast du keinen richtigen Widerstand. Die füllen sich komisch an. Die füllen sich labbrig an. Auch hier ist wichtig, wenn du dich entscheidest zu hauzternieren, schaff dir vernünftiges Equipment an. Das ist die Grundvoraussetzung, dass du Spaß hast. Hast du ein Equipment, was super günstig war, ein grosser, einer quietscht, ein grosser, einer zu kurz ist, wo der Bewegungsablauf nicht harmonisch ist, da garantiere ich dir, das wirst du nicht lange machen. Hast du ein Handelsset, wo du ständig hoch und runter schrauben musst, wo du nur eine Handel hast, es wird dir irgendwann gewaltig auf die Nerven gehen, ständig diese Umbauarbeiten. Das gleiche gilt für eine Trainingsbank. Du hast eine Trainingsbank, die ist klapprig, die ist instabil, du fühlst dich nicht sicher. Ein Hindernisgrund, dass du es tun wirst. Du hast keine schöne Botenmatte, wo du richtig drauf liegen kannst. Du hast keinen kleinen Bereich im Zimmer, wo du ständig die Sachen stehen hast, du musst immer aus dem Schrank raus räumen. Auch das kann ein Hindernisgrund sein. So, ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr jetzt hier bei dem, was ihr von mir jetzt mitbekommen habt, viel Information habt. Und jetzt ist es wichtig, entscheide du dich nach anhand von deinem Persönlichkeitsprofil, was brauchst du, was ist wichtig für dich. Und wenn du sagst, lieber Andreas, weißt du was? Schön, dass ich das jetzt alles weiß, aber ich möchte es nicht machen. Kannst du das machen? Kannst du mir sagen, was brauche ich? Kannst du mir sagen, wie soll ich mich ernähren zum Beispiel, passend dazu? Kannst du mir sagen, welches Equipment? Kannst du mir sagen, welche Fitnesstrainingstation? Kannst du mir, und die Arme greifen, Thema Fitnessstudio? Dann sage ich dir jetzt, selbstverständlich. Schau mal unten in die Shownotes, in die Bemerkungen. Und da findest du meine Page, andreas-trienbacher.com. Und da kannst du dir deinen Wunschtermin raussuchen. Und dann hast du in Kürze deinen Wunschtermin mit einem meiner Mitarbeiter. Und er bespricht mit dir dein Vorhaben, hört sich an, welche Wünsche du hast. Und dann gleichen wir das ab mit dem Paket, was wir anbieten, mit den Paketen, die wir anbieten. Und wenn wir dann ein Match haben, dann hast du in Kürze mit mir dein erstes unverbindliches, kostenfreies Strategiegespräch. Wo ich dir erkläre, auf was willst du achten, wo geht es hin, was ist wichtig für dich. So, jetzt bist du dran. Der Ball liegt in deinem Spielfeld. Bis dahin, macht gut, bleibt gesund und habt ganz viel Spaß bei allem, was du tust.